ja hallo zusammen da bin ich mit der nächsten folge last epoch heute muss ich noch mal in zwei folgen aufnehmen und ehrlich gesagt dann bin ich auch froh denn ich hab das gestern nicht gemerkt irgendwie komme ich gerade nicht so richtig klar ich brauche dringend urlaub leute ist echt schlimm ich merke halt einfach so geht nicht mehr viel ja komm machen wir den jetzt nächstes ich sehe schon wieder Schietwetter wohl gar kein Wetterwissen in der Höhle naja lacht immer halt dann gibt es ja auch noch void damage ich freue mich schöne bewegung ja keine ahnung ich werde auch heute echt nur die beiden folgen aufnehmen rechner aus auf die couch the boys weiter gucken und mehr passiert heute nicht wir gehen erstmal nach unten ist glaube ich der richtigere weg soo na gut er möchte erstmal da oder beziehungsweise das Ziel sich ran gehen wo soo mit soo hier und da wohl definitiv nicht da unten wo runter lecker ich hasse Void weil meine defensiv fähigkeiten gegen Void sind eher eingeschränkt ja 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 Easy. Too easy. Wahrscheinlich sowieso wieder nichts für uns, wie es bei meinem Luftglück ja völlig normal ist. Masch da. So, echt verkrankert. Dann müssen wir jetzt noch restliche Stabilität uns greifen. So. So. dann war es das hier ach komm ich hab doch auf open portal geklickt so darf ich jetzt weg wow der ist ja auch schon wieder bombastisch gewesen ein träumchen ein echtes träumchen so waren das die handschuhe plus 21 arme war schon mal deutlich weniger da haben wir gleich falken füsten schon mal mini movement speed bei sie nicht nee das wollte ich jetzt nicht den wollte ich so hallo ja dann noch mal zwei so naja schietwetter war ja klar warum jagt man uns bei jedem scheiß wetter hier eigentlich aus ja 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 wie ist das die richtige richtung hier ja 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 vi naja ich weiß gerade nicht so richtig dass die richtige richtung ist aber hey der vogel macht aber echt ne menge selber weg der falke muss man mal so sagen das sind ja gar nicht mal so wenige die er da weg gemacht hat wo soll man jetzt hin hallo da oben das da kommen wir mal ja ich weiß nicht ob ihr das kennt aber wenn ihr echt zu urlaubsreif seid das ist so heute morgen aufgestanden also das ist auch nicht mal sonderlich spät oder so das war zeittechnisch auf meiner sicht okay hallo ich gehe mal angreifen bitte und habe dann gefrühstückt ich fernseh angemacht die couch gepackt und wenn das erst mal nochmal stellt bestimmt wieder eingeschlafen dann um elf oder wieder wach geworden ja und das problem an der geschichte ist da ich ja früh aufstehen muss sehe ich noch mal zu dass ich halbwegs früh ins bett komme wenn ich einen namen haben ein schlaf ist auch kacke ich weiß noch nicht wie ich das genau regeln schauen wir mal da unten können doch was sein da oben auch gehen wir da oben hin ja genau das dach da ist doch ein magier arsch aber ich ihn übersehen aber so heute groß am rechner sitzen ich lade gleich noch die folgen hoch diese hier die last epoch habe ich gestern schon hochgelangt wuschel irgendwie ein stück weit aufs twitch rum gucken bischen dann sorgt es auch gewesen ein ich habe Oh, Leidation wird enden, es muss doch noch hören werden, oder? gucken wir da mal da hinten ganz da unten können noch was ein bisschen was brauchen wir noch ganz kleines bisschen was brauchen naja passt auch wieder viel scheiße der nicht nur für uns kriegen das ist aber geld bringt ja verkaufen tue ich eben außerhalb der nächsten folge und ich wünsche noch ein wunderschön müsste die donnerstags folge sein tschüss